Bhagavad Gita, Vers 2.39 Bisher habe ich dir analytisches Wissen von der Shankya-Philosophie erklärt. Höre nun von dem Yoga, bei dem man auf die Früchte seiner Albert verzichtet. O Sohn Pritas, wenn du mit solcher Intelligenz handelst, kannst du dich von der Fessel der Reaktionen befreien. Erklärung Nach dem Nirukti, dem vedischen Wörterbuch, bedeutet Shankya das, was die Erscheinungen in allen Einzelheiten beschreibt. Diese Shankya-Philosophie beschreibt die wahre Natur der Seele. Yoga bedeutet Kontrolle über die Sinne. Arjunas Entschluss, nicht zu kämpfen, hatte seine Ursache in dem Verlangen nach Sinnenbefriedigung. Er vergaß seine Pflicht und wollte aufhören zu kämpfen, denn er glaubte, er werde glücklicher, wenn er seine Familienangehörigen und Verwandten nicht tötete. Als wenn er sich eines Königreichs erfreute, für das er seine Vättern und Brüder, die Söhne Dritarashtras, töten müsste. In beiden Fällen handelte er mit dem Ziel, seine Sinne zu befriedigen. Glück, das man erfährt, wenn man die Verwandten besiegt, und Glück, das man erfahren wird, wenn man sie leben sieht, befindet sich auf der Ebene persönlicher Sinnenbefriedigung, da man dabei weises Handeln und die Erfüllung der Pflicht aufgibt. Deshalb wollte Krishna Arjuna erklären, dass er die Seele nicht töten würde, wenn er den Körper seines Großvaters erschlüge, und er machte ihm klar, dass alle individuellen Personen, einschließlich des Herrn selbst, ewige Individuen seien. Sie seien Individuen in der Vergangenheit gewesen, sie seien Individuen in der Gegenwart und sie würden auch in der Zukunft Individuen bleiben. Denn wir alle sind ewiglich individuelle Seelen und wechseln nur unser körperliches Gewand auf verschiedene Weise. Aber selbst nachdem wir von den Fesseln des materiellen Körpers befreit sind, behalten wir unsere Individualität bei. In einem analytischen Studium ist das Wesen der Seele und des Körpers von Sri Krishna bereits sehr sorgfältig erklärt worden. Und dieses Wissen, das die Seele und den Körper von verschiedenen Gesichtspunkten her beschreibt, ist in Übereinstimmung mit dem Nirukti-Wörterbuch hier als Sankhya bezeichnet worden. Dieser Sankhya hat mit der Sankhya-Philosophie des Atheisten-Kapila nichts zu tun. Lange bevor der Betrüger Kapila seine Sankhya-Philosophie aufstellte, war die Sankhya-Philosophie, wie im Srimad Bhagavatam beschrieben wird, von dem wirklichen Kapila einer Inkarnation Sri Krishnas, seiner Mutter Devahuti ausführlich erklärt worden. Es wird von ihm eindeutig erklärt, dass der Purusha, der höchste Herr, aktiv ist und dass er es schafft, indem er über die Prakriti, die materielle Natur, blickt. Diese Wahrheit wird in den Veden und in der Gita akzeptiert. Die Beschreibung in den Veden deutet darauf hin, dass der Herr über die Prakriti blickte und sie mit zahllosen individuellen Seelen schwängerte. All diese Individuen handeln in der materiellen Welt, um ihre Sinne zu befriedigen und unter dem Zauber der materiellen Energie, glauben sie, zu genießen. Diese Geisteshaltung findet ihren Höhepunkt in dem Wunsch nach Befreiung, wenn das Lebewesen mit dem höchsten Herrn eins werden will. Das ist die letzte Falle Mayas, der Illusion, die Sinne befriedigen zu können und nur nach vielen, vielen Leben, die mit einer solchen illusorischen Sinnenbefriedigung verschwendet wurden, gibt sich eine große Seele Vasudeva, Krishna hin und gelangt so an das Ende ihrer Suche nach der endgültigen Wahrheit. Arjuna hatte Krishna bereits als seinen geistigen Meister akzeptiert, da es sich ihm hingegeben hat, shishyas, te, ham, shadhi, mam, tram, brahpannam. Daher will Krishna ihn nun die Prinzipien des Buddhi-Yoga bzw. Karma-Yoga lehren oder mit anderen Worten, er will ihn im hingebungsvollen Dienen unterweisen, bei dem es das einzige Ziel ist, die Sinne des Herrn zufriedenzustellen. Im 10. Vers des 10. Kapitels wird deutlich erklärt, dass Buddhi-Yoga die direkte Verbindung mit dem Herrn bedeutet, der als Paramatma im Herzen jedes Lebewesens weilt. Eine solche Verbindung kann jedoch nicht ohne hingebungsvolles Dienen stattfinden. Wer daher im hingebungsvollen bzw. transzentralen liebenden Dienst des Herrn verankert oder mit anderen Worten Krishna bewusst ist, erreicht durch die besondere Gnade des Herrn diese Stufe des Buddhi-Yoga. Der Herr sagt deshalb, dass er nur diejenigen mit dem reinen Wissen der liebenden Hingabe beschenkt, die ihm in transzentrale Liebe hingegeben dienen. Auf diese Weise kann der Gottgeweihte ihn sehr leicht im ewig glückseligen Königreich Gottes erreichen. Somit bedeutet der Buddhi-Yoga, von dem in diesem Vers die Rede ist, hingebungsvolles Dienen für den Herrn. Das Wort Sankhya, das hier erwähnt ist, hat nichts mit dem atheistischen Sankhya-Yoga zu tun, der vom Betrüger-Kapile aufgestellt wurde. Man sollte daher den Sankhya-Yoga, der hier erwähnt wird, auf keinen Fall mit dem atheistischen Sankhya verwechseln. Auch hatte diese Philosophie in der damaligen Zeit überhaupt keinen Einfluss und Shrikrishna würde niemals solche gottlosen philosophischen Spekulationen erwähnt haben. Wirkliche Sankhya-Philosophie wird von Kapila, dem Herrn, im Srimad Bhagavatam beschrieben. Aber selbst dieser Sankhya hat nichts mit den hier behandelten Themen zu tun. Hier bedeutet Sankhya die analytische Beschreibung des Körpers und der Seele. Srikrishna gab eine analytische Beschreibung des Körpers und der Seele, um Arjuna zu Bodhi-Yoga bzw. Bhakti-Yoga hinzuführen. Deshalb ist Srikrishna's Sankhya und Kapila's Sankhya, wie er im Bhagavatam beschrieben wird, ein und dasselbe. Beides ist Bhakti-Yoga. Krishna sagt daher, dass nur die weniger intelligenten Menschen zwischen Sankhya-Yoga und Bhakti-Yoga unterscheiden würden. Natürlich hat atheistisches Sankhya-Yoga nichts mit Bhakti-Yoga zu tun, aber dennoch behaupten unintelligente Menschen, die Bhagavad-Gita beziehe sich auf den atheistischen Sankhya-Yoga. Man sollte daher wissen, dass Buddhi-Yoga bedeutet, seine Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein auszuführen, das heißt in der vollkommenen Glückseligkeit und dem allumfassenden Wissen des hingebungsvollen Dienens. Wer ausschließlich für die Zufriedenstellung des Herrn handelt, ganz gleich wie schwierig seine Tätigkeit auch sein mag, handelt daher nach den Prinzipien des Buddhi-Yoga und befindet sich somit immer in transzentaler Glückseligkeit. Durch solche transzentalen Aktivitäten erreicht ein solcher Mensch durch die Gnade des Herrn automatisch alle transzentalen Eigenschaften und daher ist seine Befreiung in sich selbst vollkommen, ohne dass dabei außergewöhnliche Anstrengungen zum Erreichen von Wissen erforderlich wären. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein und Arbeit um der Früchte willen, besonders wenn das Ziel Sinn und Befriedigung bzw. familiäres oder materielles Glück ist. Die transzentalen Aktivitäten, die wir ausführen, werden daher Buddhi-Yoga genannt.